Hey, habt ihr das gehört mit diesen Energieproblemen? Ja, es hat immer wieder Ausfällen. Jetzt ist das schon wieder passiert. Gehen wir das zusammen als Team aus. Dank unserer Wissensreise verwenden Sie garantiert nie mehr die falschen Energieprodukte. Stimmen Sie für uns, wenn Sie nicht länger im dunklen Wind sitzen, was Ihre nachhaltige Energielösung angeht. Geben Sie jetzt Ihre Stimme ab für das Team Nummer 3, Team Technische Betriebe Wiel.